Wir haben sie noch nie gebeten, das zu machen, was sie tun. Wir vertreiben nur die Spielfilme. Wir schauen sie nicht einmal an und wissen auch nicht, ob sie echt sind. Ich weiß nichts über ihn. Seine Vorgehensweise erinnert an einen Kriminellen, der vor kurzer Zeit festgenommen wurde. Er wird mich umbringen. Und der die Straftaten... Ich weiß, er wird mich umbringen. Es ist nicht genommen. ...eines früheren amerikanischen Serienmörders nahe. Es scheint es keine Zweifel mehr zu geben, dass wir es mit einem Netzwerk von Snuff filmen. Wir seien die Nächsten. Lauf so schnell wie ihr könnt. Ich wiederhole das Lachen.